Hi und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin mal wieder auf dem Sprung. Ich habe gerade das Gefühl, irgendwie gehe ich ständig mit meiner Familie in Urlaub. Dabei ist es eigentlich gar nicht so oft. Auf jeden Fall gehen wir dieses Wochenende nach Oberstaufen. Jetzt mal irgendwas, was ich so ein bisschen kenne. Also meine Tante war da auf jeden Fall schon und kennt sich deshalb da ein bisschen aus. Ich laufe gerade sehr sinnlos durch die Gegend, aber mein Papa ist auf jeden Fall schon losgefahren. Und genau, ich muss jetzt hier noch fertig parken und gehe dann auch hoch. Und dann geht es auch schon um neue los und wir haben Gott sei Dank eigentlich gutes Wetter. Zumindest besser als letztes Mal beim Rafting. Also diesmal gehen wir nicht raften, aber so vom Wetter her einfach. Genau, und dann bin ich mal gespannt, wie es so wird und nehme euch mit. So, erster Stopp. Wir müssen alle aufs Klo oder Nalin holt sich was zum Snacken und ich... Okay, und ich chill im Auto. Ich bleib da. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass Opa eigentlich gar nicht aufs Klo ist. Er chill hier gerade nur rum, deswegen gehe ich jetzt raus. Wir sind jetzt da und gehen jetzt ins Hotel und müssen so eine komische Gästekarte ausfüllen, und dass wir irgendwie so ein bisschen Touri-Spaß umsonst kriegen. Vorsicht Opa, Stufe! Ja. So, jetzt, wie funktioniert der Bums hier? Toll. Oh, schön. Bart? Hallo? Oh. Oh, schön, guck mal. Toll. Hier, blau. Oh, schön. Kann man machen. Ich bin jetzt soweit eingecheckt und wir laufen jetzt mal rein, gehen in irgendeinen Kaffee shoppen oder was weiß ich, und dann heute Abend zum Italiener. Damara. Ich bin jetzt mal ein Zehner. Ja. Aber ich habe meine Zehner, die Ohren. Oh, ja. 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 Aber irgendwie ist mir der ganze Bumse so ein bisschen zu bespielt. Vielleicht bin ich auch zu jung dafür, zu alt. Opa und ich wurden jetzt sitzen gelassen. Jetzt machen wir unser Ding, Opa. Wir machen jetzt unser Ding. Wir suchen uns jetzt. Wir sind nämlich so im Sektor. Kannst du noch, Opa? Kannst du noch? Wir können doch ja, wir haben langsamer. Wo ist der Skubstuhl klarstuhl? Was muss ich geben, wo der Klub verpennen? Ich drehe doch wieder ein Video, oder? Ach du? Und jetzt bist du wieder drin. So, wir sind jetzt irgendwie wieder alle beieinander. Und jetzt können wir weitergehen in die nächste Boer Kneipe. Wurtschaft, was weiß ich. Wo ist der Rest wieder? Jetzt sind die wieder weg. Hier ist zumindest meine Tante. Toll. Da seid ihr. Ein Murmeltier? Nein, das ist ein Biber. Ich habe zu Papa mal gesagt, das sieht aus wie ein Biber. Das ist kein Biber. Achso. Guck dir mal den Schwanz an. Das ist ein Murmeltier. Das ist halt ein Murmeltier. Willst du die Bildung machen? Ich stelle dich mal daneben. Guck dir die Aussicht an. Herrlich. Alpenpanorama. Mal. 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 Wir haben jetzt Opa und Camelo abgeliefert und meine Kamera ist dreckig, schön und wir laufen jetzt so eine Stunde herum, guck mal wie schön das ist, ich fühl mich wie Heidi. Ach Gott sei Dank, wir müssen nichts rüber. Wir dachten schon, wir müssen jetzt über den Bach. Hier geht's weiter? Ja ist das gut hier. Ja geh hin, komm's, Raki. So ich bin jetzt wieder im Hotel, die anderen sind noch irgendwie Pfand wegbringen oder chillen draußen oder whatever. Ja wir waren jetzt noch ein bisschen laufen, mein Opa und Camelo nicht, aber wir hatten eigentlich perfektes Wetter. Also es war richtig, richtig gut und tat auch mal gut. Aber jetzt sind wir auch alle ziemlich fertig von der ganzen frischen Luft und so weiter und sind jetzt wieder ins Hotel gefahren. Machen wir uns jetzt alle fertig, mein Opa will noch Sportschau gucken, weil er auf Bea gespielt hat. Und dann gehen wir auch wieder in die Stadt rein zum Essen und noch vielleicht in die ein oder andere Bar und pfff, letzter Abend. Und wir können nicht los? Die Fahrrad. Die Fahrrad, ja. Und wenn wir uns jetzt noch ober. Und dann geht's um. Ich rüber, ich rüber, ich rüber, ich rüber. Gut Morning, wir waren gestern extrem fertig und sind dann nur noch ins Bett gefallen, nachdem wir in zig Bars waren, die uns alle nur so halb gepasst haben. Und meine Kamera hat sich irgendwie mit meinen Haaren verfangen. Auf jeden Fall haben wir gestern einfach Opa vergessen. Also wir wollten essen gehen und es war eigentlich geplant, dass wir Opa mit dem Auto reinfahren. Und irgendwie hat sich aber keiner in der Verantwortung gesehen, Opa mitzunehmen. Beziehungsweise Opa war auch einfach auf seinem Zimmer. Und wir sind dann halt alle zum Restaurant gelaufen, gefahren, wie auch immer. Und auf einmal fällt uns ein so auf, wo ist eigentlich Opa? Und dann haben wir ihn halt einfach im Hotel vergessen. Aber er hat halt einfach gewartet. Er hat gedacht, ja, irgendjemand muss ihn schon holen. Sind wir nochmal zurückgefahren und haben Opa geholt. Ja, heute ist ja unser letzter Tag. Also wir fahren heute auch auf jeden Fall Richtung Heimat. Es ist bloß die Frage, ob wir davor jetzt noch irgendwie irgendwo Halt machen, irgendwas angucken oder so. Ich habe jetzt auf jeden Fall geduscht. Ich war wieder laufen. Das ist ja jetzt, heute Nacht war ja Zeitumstellung. Ich checkte es ja immer nicht wann und so. Gott sei Dank macht das Handy automatisch. Und deswegen war es heute Morgen früher hell. Ich war früher wach. Also war ich früher laufen. Und ich habe jetzt schon geduscht. Und gerade ist Nadine drin. Und dann gehen wir auch zum Frühstück. Und dann mal schauen, was wir Tag über noch machen. Hallo Kuh. Wir suchen jetzt gerade irgendeine Käserei, die offen hat. Aber das ist nicht so einfach. So, wir sind jetzt wieder daheim angekommen. Wir waren noch im deutschen Haus essen. Wem das war Fakt? Mir nicht. Mein Familie geht dann voll oft hin. Ich kenne es nicht. Keine Ahnung. Ich habe im Gefühl 10 Kilo Käse gekauft. Also voller Erfolg. Opa hat es gefallen. Das ist das Wichtigste. Und damit würde ich sagen, beende ich jetzt auch den Vlog. Und hier sind überall Haare über diese Kamera, weil die in meiner Tasche ist, wo meine Handbürste ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns auch nicht beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.